Hey Bros, weiter geht's mit 1-1-Gang-Gang-Württik-Gang-Dominik Oh yeah! Und diesmal machen wir mal eine gute Runde! Ja, wir haben mal wieder Zeit, ne? Ja, wir haben wieder Zeit. Erstmal mal, was gut ist bei mir umkommt. Bis jetzt fahm ich immer scheiße. So, ähm, hier Westen, Westen da ist ein Tanke, sonst habe ich hier gar nichts in der Nähe. Ah, da schon wieder hin, oh ne. Ja, da wieder hin. Ne, ich flieg jetzt hier wieder zu den... Guck, und du gehst wieder woanders hin! Komm, da können wir gleich allein spielen Allein, er sagt doch wohin Ja, da bei den zwei Ja, weißt du einfach Ja, komm, geh mal du allein Ist ja, ist ja egal Bei dir kommt einer runter Bei dir kommt einer runter Ich sehe ihn Fuck, hier ist keine Waffe Der sollte dich eigentlich echt extra töten Weil du einfach nie auf mich hörst Wo ist er? Hast du ihn? Ich treffe nicht durch die Tür Lass mich rein Ich konnte ihn nicht durch die Tür treffen Was ist denn das für eine Kacke? Ja, der hat ein Medikit gehabt Aber das hat ihm nicht geholfen Aber ich splündere seine Sachen Warte mal, kann ich da vielleicht ein bisschen Meinst du, der lebt noch? Ich winke ihn mal Ich habe ihn gewunken Sehr schön Hier ist noch ein Revolver, wenn du eine Waffe brauchst Ich habe ihn ja Ja, mit drei Schuss Warum mit drei Schuss nur? Weil ich die gerade weggeschmissen habe Und du bist behindert So, dann nehme ich einen Revolver Toll, hier ist echt gar nichts diesmal Du spawnst ja auch keine Ahnung wo, weißt du? Lame Du bist lame Ne, ich meine der Spawn ist lame Du bist lame Du bist lame Ja, der Spawn ist lame Weil du lame bist Und ich wollte es Ja, sonst bleiben wir jetzt wahrscheinlich tot Aber wenigstens haben wir Rucksäcke Waren wir nicht So, nach Westen müssen wir Hier, da ist Westen Wo ist Westen? Da ist Westen Ja, da ist Westen Komm Ist das denn im Westen? Da ist die City To the City Warte mal, ich will was probieren Wie viele Schüsse brauchen wir eigentlich? Vier Stück, okay Hm, nice Vier Schüsse für ein Halleluja Fünf Schüsse, Entschuldigung Fünf Schüsse Geht dann halt fünf Okay, wo wird denn das Gas? Ja, wir müssen sogar eh dahin Wir müssen sogar Nordwesten so ein bisschen Ja, passt Ja, ich speich du zu, wie wir Ja, schon Ja, geil Ja, geil Ja, ich bin der Person von der Bayer Ja, mit Bayer Entschuldigung Wieso, 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 wieso Wieso, 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 wieso Ja, ich bin, ja Ja, ich bin, ja Ja, Weisswürde Ja, Weisswürde Und zwar Was mir War das Tüte Ausgang Ja, Weisswürde Ich glaube, wir könnten die ganze Folge so durchmachen, ne? Es gibt bestimmt Leute, die so reden. Ja, gibt's auch. Jeder zweite Bayer. Ja. Guck mal, da ist ein Licht an den Himmel, Dominik. Siehst du es auch? Was? Da. Was? Was siehst du? Nord-Nord-West, da leuchtet irgendwas am Himmel. Ist es Jesus? Ja, ja, lass dir mal leuchten. Ja, ich lass mal leuchten. Es ist ein Meteorit. Hier liegt eine Schrotpatrone, aber wo ist die Schrotflinte? Die ist in meinem Arsch, Dominik. Die haben sie weggeschmissen. In meinem Arnuss. Ah, da ist sie. Aber komm ich da dran? Ah, ja. Hab eine Schrotflinte. Cool. Die war ja mal richtig im Auto vergraben. Schönen Ausblick hier. Wunderbar. Kommst du mal? Ich komme. Okay. Musst du mir noch die Schrotflinte holen? Weil das Gas tut ein in drei Minuten, Dominik. Und wenn das Gas kommt, dann wirst du ein bisschen vergast. Aber nur ein bisschen. Dann wird die Mauer auch nicht schaufen. Ah, doch, doch. So, da vorne haben wir irgendwas. Da vorne. Oh, da rennt jemand, oder? Nee, das war nur ein Busch. Da rennt ein Busch. Da ist ein Auto. Sind wir schon in Australien, oder was? Ja. Rennende Büsche. Ja, Rennende Büsche. Du musst ja schon richtig rum. Also flennende, rennende, brennende Büsche. Genau. Und die sind alle am Ende. Am Ende. Genau. Okay. Also ausgebrannte, flennende, brennende, rennende Büsche. Ja, ungefähr so. Okay. Aber sind auch gewinnende. Gewinnende? Flennende, flennende. Gewinnende, brennende, flennende, brennende. Ja. Okay, okay. Genau so. Tell me more. No. Warte, ich hab's ein cooles Deals. Ich hab ein RK. Willst du die Schrotflöden-Muni haben? Achso, Schrotflöden-Muni, ja. Neh mich gerne. Krieg ich. Neh mich gerne. Warte, warte. Kriegst du? Komm her. Nur für dich, Dominik. Nur für dich. Schieb sie dir rein. Bitte alle sieben Stück. Grasgranate. Wo ist sie? Wo? Da, hier. Schieb sie dir rein. Schieb sie dir in den Arsch. Alle sieben Stück kommen. Die kannst du doch in den Arsch schieben und dann schießen. Wie kommst du denn auf sieben Schrotflöden-Muni? Keine Ahnung. Wo hast du die denn ausgegraden? Am Boden sind sie gelegen, Dominik. Am Bodensee? Ja, am Bodensee sind sie gelegen. Da hab ich sie gesehen. Am Bodensee. Ja. Aber diese Gaskataten sind auch total untauglich, gell? So wie du. Was bringen die überhaupt? Ich werf mal einen. Du bist auch total untauglich. Ah, Stinkbombe. Ja, Gas. Geh mal rein. Du siehst, wie schnell du stirbst. Ne, ne. Ich will da nicht rein. Oh, schönes. Schönes Grün. Stinkbomben halt, ne? Das sind Stinkbomben. Warum ist Gas eigentlich grün? Weiß ich nicht. Eigentlich ist es doch durchsichtig, oder? Gelb oder? Ja, wahrscheinlich giftig. Weißt du, giftig ist immer grün. Naja, die haben das extra so dargestellt. In grün. In Wirklichkeit ist es kackbraun. Ne, in Wirklichkeit ist es... Rosa. Durchsichtig, oder? Weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Aber Gas ist normalerweise durchsichtig. Ich weiß nicht. Giftgas. Giftgas? Ich hab keine Ahnung, ob Giftgas durchsichtig ist. Wenn ihr es wisst, schreibt mal unten in die Kommentare, ob Giftgas... ...ob das farbert. Alter, da kommt das Flugzeug. Wo ist das? Da ist es jetzt bombardiert, werden wir wohl lange nicht mehr bombardiert. Nee, ist schon länger her, ja. Aber sieht nicht so aus. Ne? Der wird geschossen. Immer noch geradeaus. Komm, noch ein Stück weiter. Der wird geschossen irgendwo. Ja, ich hör's. Ich laufe auch schon hin. Komm, folge mir. Oh, der Hund wird geschossen. Ja, das geht auch nicht. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Wir müssen eh in die Richtung, also passt schon. Oh ja, komm. Wenn wir jetzt nicht da hinlaufen, dann... Ich hab ein RK, ich hab Aiming des Todes. Äh, Aiming des Todes. Ja. Also, du aimst gut, wenn du tot bist, oder wie. Mein Aiming ist glücklich. Oder vielleicht auch noch ein Quad. Wo? Da, in Norden. Aha. Du hast nicht gesehen. Boah, jetzt ist es wieder dunkel bei mir geworden. Bei dir auch? Nein. Also irgendwie spinnt das Spiel doch. Mir ist alles okay. Pass auf, ich schau so ein bisschen nach hinten, aber wozu nicht, dass einer uns hinten irgendwie so überlascht, ne? Ich geh mal hier rein. Okay. Einfach so. Bin dabei. Einfach, weil du kannst. Einfach, weil ich's kann und weil wir gleich irgendwelche Schießen auf der Straße. Ja, ja, Vorsicht. Vorsicht. Oh, hier liegt deine Lieblingswaffe. Ist dein Arm los? Ja. Das war meine Lieblingswaffe. Meine Ex-Lieblingswaffe. Nee, ist immer noch. Lieblingswaffe. Jetzt haben wir nie eine Pistolen, Moni. Ja, immerhin hat dich heil genug ist, damit du es, äh, zu probieren. Oh, das ist links. Du schießt, wer? Links. Links, direkt. Irgendwo links, aber ich seh sie nicht. Nee, jetzt reicht's. Ich glaub, oben auf dem Dach. Warte mal, komm. Ja, ich glaub auch oben auf dem Dach, aber ich seh die nicht. Das müsste auf dem Dach oben sein. Wo bist du? Hinten rum? Auf dem Behinderten-Klo. Weißt du? Ja, hinten rum und dann lass uns mal rauf. Ich glaub, die waren da oben. Hier geht's hoch. Lass mal hier hoch. Ah, das ist nicht hoch genug. Da, 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 da. Hier hoch? Ja. Ich glaub, da waren die, die Schlingel. Die Schlingelchen. Ja. Ganz liebe Schlingelchen. Ja. Oh, oh. Müsste eigentlich sein. Hier ist keiner. Keiner? Aber da, hier irgendwo. Oh, jetzt ist es wie ein LR geworden bei mir. Vorsicht. Hier irgendwo sind. Oh, Alter. Oh, dann hatte. Geht nicht ab. Wo sind denn die? Äh, duck dich lieber. Irgendwo hier unten. Ich seh sie nicht. Ich seh die auch nicht. Sind die irgendwo da hinten in der Seitengasse? Ah, da unten auf der Straße rechts ist einer. Also jetzt bei dem Parkplatz da hinten. Haben angehittet. Alter, tot. Mastin, sehr gut. Wo ist der nächste? Und der nächsten. Sehr geil. Warum ging das jetzt so gut? Wo ist jetzt der andere? Ah. Ist noch irgendwo einer, aber ich seh ihn nicht. Irgendwo hier unten? Irgendwo da unten. Auf dem Dach oben? Vorsichtig. Nee, das hört sich eher nach unten an. Ah. Du hast auch eine Wicht? Wo? Ich hab keinen. Also das war der ganz am Anfang. Ah. Jojo. Der unbewaffnete. The free kill. Das zählt nicht. Irgendwie seh ich den nicht. Irgendwo wird der geballert. Wir sollten. Sollten weiter. Ja, noch nicht. Noch nicht. Noch haben wir ein bisschen Zeit. Der blieb ist ja auch immer noch. Aber das war nicht echt zwerg. Das ist da, da hinten, da ganz hinten. Oder ist da noch irgendwo einer, oder? Keine Ahnung. Da auf dem Dach, auf dem Dach, auf dem Dach. Ah, ich hab ihn einmal angehittet. Haben auch angehittet. Haben auch angehittet. Vorsicht. Alter, wie soll ich den so treffen? Ich hab eben nur das Köpfchen von dem gesehen. Vorsicht, lass uns ein Drückzieher machen. Da. Oh, weg, weg, weg. Ah, scheiße. Hab ihn auch angehittet. Haben angehittet. Bin tot. Okay, scheiße. Aber ich hab ihn angehittet. Es ist blöd, wenn die so... Alter! Da kommen jetzt zwei hoch. Das war doch klar. Scheiße. Das war doch so klar. Das war wirklich klar. Das war echt sehr klar. Äh, aber eh, war eine gute Aktion. Ich hab zwei gekillt. Ich hab zwei auf großer Distanz gekillt. Oh Mann. Ja, das war nicht schlecht. Und auf dem Dach, du hättest mir aufpassen. Jetzt liegen die da rum. Super. Aber die zwei hinten, scheiße. Hätte ich nicht aufpassen müssen. Sie sind schnell hochgekommen, der Wichser. Ja, passiert. Da oben hat mich in Schach gehalten. Ich konnte nicht. Aber ich hab ihn, glaub ich, angehittet. Ich bin mir nicht sicher. Gut Leute, das war das Runde. Heinz, der eins. King of the Kill. Schreibt seinen Kommentaren. Hashtag zwei schöne Kills von dir, Jack. Das war nicht wunderbar. Das will ich unbedingt sehen, ja. Genau. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Schau mal noch nicht vorbei. Hier oben könnt ihr abonnieren, da die Videos reinziehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi.